Willkommen zurück bei der Geistfrei GmbH, einem, man würde sagen, Indie-Titel, Point & Click Adventure, von Rodelberg Entertainment. Ich finde nebenbei den Namen sehr gut, weil ich kann mir nahezu vorstellen, wie dieser Name des Entwicklerteams erstellt wurde. Aber es gab in der näheren Umgebung einen Rodelberg, auf den man rodeln gehen konnte. Und ja, wie gesagt, Point & Click Adventure, ich bin nebenbei noch so ein bisschen am Schreiben, weil ich weiß, dass hier einer der Entwickler im Lurk sitzt und mir dabei zuguckt, wie ich hier durchspiele. Und der hat mich die Frage gestellt, du kannst dich noch ein bisschen an die Beta-Tests erinnern, weil das eine Rätsel war sehr, sehr auffällig, wie schnell ich das gelöst habe. Ich muss zugeben, ich habe schon sehr viel vergessen, wirklich sehr viel vergessen, beim Tutorial am Anfang weniger. Aber so, im zweiten Kapitel wusste ich einige Sachen nicht mehr. Ich wusste noch, dass der Marder im Auto steckt, daran konnte ich mich erinnern. Aber das waren dann eher solche Momente, wo es dann einen Schnipp gemacht hat, wo ich mich daran erinnert habe, ah ja, da war was. Also nee, damit kann ich weitermachen. Ich wusste aber nicht mehr, dass es der Fall war. Außer die Sache mit der kleinen Hake. Ich dachte mir, ich wusste irgendwie, dass da noch was mit war und dass wir uns auch darüber unterhalten haben, über dieses Rätsel, irgendwann vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Also von daher ist es für mich zu, ich sage einmal 90 Prozent, 90 Prozent ein Blind Run. Ich weiß nicht, was hier wirklich auf mich zukommt, weil die Beta, die ich damals gespielt habe, schon so lange zurückliegt, dass ich echt keinen Plan mehr davon habe. Das ist wie bei Monkey Island, weißt du? Man spielt es einmal und dann, wenn man das dann über Jahre hinweg nicht mehr weitergespielt hat oder nicht mehr gespielt hat, dann vergisst man diese kleinen Nuancen. Und überlegt dann halt eben, boah, wie war denn das nochmal? Es gibt so die einen oder anderen Rätsel, an die erinnert man sich sofort. Die kriegt man in null Komma nichts gelöst. Aber es gibt dann halt eben die anderen Rätsel, die dann immer wieder, wo man nicht mehr weiß, dass sie überhaupt da waren. Und das ist halt eben, selbst nach Jahren hinweg kann man sich halt eben dann doch wieder, sitzt man halt eben in so einer kleinen Sackgasse und sucht dann halt eben. Das ist wie mit dem Hamster bei Tale of the Tentacles, wenn man dann, man weiß, man muss den einfrieren, aber man muss dann halt eben wieder suchen, ach Mensch, wie war denn das nochmal mit dem, wo kriege ich denn die Münzen für den Wäschetrockner her und solche Geschichten. Irgendwie sowas. Das sind so Rätsel, die bleiben irgendwie im Kopf, aber man, man weiß das Ergebnis, man weiß aber nicht, wie man zu diesem Ergebnis kommt. Oder wie man, wie man, ja genau, wie man zu diesem Ergebnis kommt. Das ist so die, der Kniff an der ganzen Geschichte. So, ich rede nochmal mit dem, ähm, mit Graf Sahls Cousin. Ja, aber sicher doch, ähm, oh ja, der Abend ist sogar richtig gut, ich habe eine wundervolle Frau getroffen. Oh ja, der Abend ist sogar richtig gut, ich habe eine wundervolle Frau getroffen. Oh, das freut mich für Sie. Ich bin ja eher der Typ, der in Bücher verliebt ist. Bilderbücher? Nein. Comics? Naja, manchmal. Sonst lese ich gerne richtige Bücher. Mit viel Text auf allen Seiten. Und mit einem schönen Bild auf dem Cover. Ja, die mag ich auch. Gut, gut. Aber können Sie mir denn jetzt weiterhelfen? Die zwei Päckchen sind noch immer für einen Charles Stone. Ja, sicher. Also, wir sind jetzt Charles Stone natürlich. Ja, denn ich bin Charles Stone und ich würde gerne das Päckchen mitnehmen. Nun gut, aber da könnte ja jeder kommen. Verstehen Sie? Heißt das etwa, Sie geben mir das Päckchen jetzt nicht? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich kann ja nicht allen dahergelaufenen Leuten einfach so meine Päckchen aushändigen. Aber ich bin doch niemand, der hergelaufen ist. Ich war mit meinem Chef schon so oft in den Stadtnachrichten. Da müssen Sie mein Foto doch schon mal gesehen haben. Tut mir leid. Aber solange Sie es nicht beweisen können, bleiben die zwei Päckchen da, wo Sie sind. Hm, ich komme am besten später nochmal wieder. Ja, komm. Dann zeigen wir ihm doch einfach unseren Dienstausweis. Hier, ich bin Charles Stone von der Geistfrei GmbH. Ich würde gerne das Paket mitnehmen. Ah, lassen Sie mal sehen. Ja, mit dem Ausweis scheint mir alles in Ordnung zu sein. Sie können das Päckchen gerne mitnehmen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Oh nein, jetzt fängt es sogar noch an zu regnen. Bleibt der Regen jetzt auch? Na toll. Toll. Ja, der Regen bleibt. Gut. Und, äh, genau. Ein DLC für Horizon Forbidden West ist raus. Richtig. Werden wir auch noch spielen. Da ist noch was drin. Ach nee, das ist das Päckchen. Das scheint das Päckchen mit dem Ersatzläppchen zu sein. Von dem Hank vorhin am Telefon erzählt hat. Jedenfalls steht da als Absender Geistfrei GmbH und als Empfänger Dr. Batchelor zu Hennen Charles Stone drauf. Ausgezeichnet. Wir haben, wie ich vermutet hatte, das Ersatzläppchen für die Bereitschaftsanzeige der Geisterfälle. Das Ersatzläppchen. Wir kommen voran, würde ich sagen. Ich habe mal, ähm, interessehalber nachgefragt, wie weit wir jetzt gerade im Spiel sind. Wir haben jetzt so grob geschätzt ein Drittel des Spiels hinter uns gebracht. Also, von daher, äh, ist, also ich war sehr, sehr, sehr überrascht. Ja, es ist doch vom Spielumfang her ganz schön groß. Ich habe schon lange niemanden getroffen, der so eine große Klappe hat wie er. Ja, ähm, reden wir noch mit. AC and Pear. Ähm, eine schöne Heizkette hast du da. Das ist nämlich, die brauchen wir nämlich. Das ist die, ähm, Zündkerze. Ich finde, 20 Euro für so ein spaßiges Spiel geht voll klar. Ich glaube, das lesen, ähm, das lesen die Damen und Herren, nein, das lesen die beiden Entwickler sicherlich sehr, sehr gerne. Also, sehr fröhlich. Die freuen sich sehr darüber. Reden. Ich brauche mal wieder einen Kaffee. Bei der nächsten Pause hole ich mir einen Kaffee. Eine schöne Heizkette, die du da hast. Ja, Mann, die Zündkerze ist mein Glücksbringer. Ich habe sie seit der Veröffentlichung meines ersten Albums. Wow, du hast dir von den Einnahmen ein Auto gekauft? Nein, nur die Zündkerze. Ähm, sind die auch hier? Einer ist hier. Ähm, tatsächlich. Ähm, mit dem schreibe ich halt eben die ganze Zeit noch in der Pause. Ähm. Ja. Er hat leider keinen, keinen Twitch-Account, sonst würde er dich vermutlich auch noch die ganze Zeit zuspammen. Ja, kleine Trinkpause. Oh, kleine Trinkpause, aber gerne, doch. Guter André, Stößchen. Vergesst niemals ausreichend zu trinken. Besonders, wenn man so viel am Labern ist wie ich. So, was macht die Reparatur? Ähm, könnte ich mir die Zündkerze mal ausleihen? Könnte ich mir die Zündkerze mal kurz ausleihen? Nein, Mann. Och, komm. Nur für ein paar Minuten. Nein. Achso. Ähm, vielleicht sind auch beide da. Wird mir gerade so, ähm, auf meine Uhr gezwitschert. So, ähm, warum hast du eine Zündkerze gekauft und nicht das ganze Auto? Warum hast du dir nur eine Zündkerze gekauft und nicht das ganze Auto? Dafür hat das Geld nicht gereicht. War die Zündkerze etwa so teuer? Nein, das Album hat sich nur nicht so gut verkauft wie erwartet. Ah, das ist ja schade. So, also die Zündkerze darf ich mir nicht ausleihen. Hast du dir von den Einnahmen, ähm, besser noch eine Stunde Musikunterricht nehmen sollen? Boah. Was für ein Musikstil war es denn? Kuschelrock. Ist es bei den Verkaufszahlen nicht eher eine, ähm, schmerzhafte Erinnerung, die du mit der Zündkerze... Ey. Das wär's ja jetzt, den mit Monologen, nee, mit Dialogen zu überzeugen, mir die Zündkerze zu geben. Ist es bei den Verkaufszahlen nicht eher eine schmerzhafte Erinnerung, die du mit der Zündkerze verbindest? Ach, Quatsch, Mann. Das Album ist schon des Öfteren über die Ladentheke gegangen. Wie oft denn? Nun, mein Nachbar hat es sich gekauft, meine Eltern, mein Onkel väterlicherseits. Außerdem hat es noch... Ey, Mann, du kannst einem eine Sache echt vermiesen. Wahrscheinlich ist die Zündkerze doch kein so guter Brücksbringer. Hm. Vielleicht hast du recht, Mann. Mhmm. Ey, aber der Musikstil interessiert mich jetzt doch. Was für ein Musikstil war das denn? Das war aus dem Bereich experimentelle Musik. Statt konventionelle Instrumente habe ich Hundepfeifen genommen, zu denen dann Springfledermäuse gesungen haben. Und wer war deine Zielgruppe? Na, Monster wie du und ich. Wieso fragst du, Mann? Hast du mal daran gedacht, dass die meisten Musikliebhaber so hohe Töne gar nicht hören können? Du meinst, sie haben die CD abgespielt und gar nichts gehört? Das würde vielleicht die geringen Verkaufszahlen erklären. Niemand würde eine vermeintlich leere CD kaufen. Ui, ja, das ist richtig. Schauen wir nochmal nach dem Musikunterricht? Du hättest dir von den Einnahmen besser noch eine Stunde Musikunterricht nehmen sollen. Willst du etwa damit sagen, dass mein Album schlecht war? Nein, aber vielleicht hat es nur nicht jeden Musikgeschmack getroffen. Nein, ich hab's nicht gehört. Könnte ich mir die Zündkerze mal kurz ausleihen? Ach, was soll's. Nimm sie und behalte sie von mir aus. Vielleicht bringt sie dir mehr Glück als mir. Weiß. So, damit fehlt uns noch der Uranstab. Und... Was fehlt uns noch? Genau, die Abdeckung. Funfact, selbst wenn sie solche Töne hören könnten, würden sie die CD abspielen und nichts hören. Weil die Abtastrate von CDs nicht geeignet ist, Frequenzen über 22,05 Kilohertz wiederzugeben. Bam! In your face! Soll ich ihm gleich wieder gehen? Ich gebe sie ihm später zurück. Okay. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich sie noch brauchen werde. Das ist gut zu wissen. Dann reden wir mal noch mit dem Hausmeister. Denn vielleicht hat der nämlich auch noch ein bisschen Plan. Nehmen wir mal, du bist vollkommen nutzlos jetzt, wo es angefangen hat zu regnen. Du könntest ruhig mal aufhören. Kann ich das irgendwie nass machen? Ich brauche gerade keine nassen Handtücher. Ganz davon ab, dass ich die auch einfach in den Regen halten hätte können. Wie komme ich denn jetzt an... Wollen wir uns das Inventar erstmal... Ne, wir reden erstmal mit dem... Mit dem Autodud. Äh, mit dem Autodud, sage ich schon. Mit dem... Ach, jetzt ist es aufgehört. Mit dem Hausmeister. Hallo. Herr Koslowski? Ja. Es... Ach so. Auf Wiedersehen. Hallo. Auf Wiedersehen. Ich dachte eigentlich, dass wir... Dass es so etwas gibt. Dass wir gegebenenfalls nochmal ein bisschen Background bekommen. Und was ein Name der Grünen hat. Koslowski. Nicht möglich. Hat Koslowski ein Hintergrund? Jetzt Modell unter den Springbrunnenpumpen. Dank des eingebauten nuklearen Kleinkraftwerks sind diese Pumpen völlig unabhängig von der Steckdose. Ich brauche im Moment keinen leeren Karton. Ne, den leeren Karton nicht, aber wir brauchen... Das ist ja interessant. Nur die immer noch rot färben. Das muss nicht alles rot angehören. Okay. Ne, das hatten wir schon. Schauen wir nochmal weiter. Ah ja, jetzt ist der Regen weg. Und der Regen wieder. Ich kriege mich nicht mehr ein. Der Moment, wenn dich der Name kaputt macht. Ich finde... Alter, ihr braucht die schlafenden Euler als Plüschtier. Das ist so ein Insider. Das ist so geil. Und ich finde die einfach mega cute. Ich will die als Plüschtier haben. Reden wir nochmal mit dem Steingargäuil. Falls du für diese Nummer hier einen Agenten brauchst, dann ruf mich an. Hm. Keine Reaktion. Ah, klappt nicht. Ich habe es nie verstanden, wie man sich so hässliche Figuren in den Garten stellen kann. Ich hätte voll gerne so einen Todbringer als Plüschtier. Todbringer? Ich überlege gerade Todbringer. Ach so. Warte mal. Ein Todbringer von Horizon als Plüschtier. Weiß nicht, aber so ein Modell. So ein Lego-Modell. Der würde sich auch echt gut zum Tornack machen. Stimmt, meine Freundin. Noch mehr Lego. Da gibt es nichts zum Aufschrauben. Wir brauchen mehr Lego. Besser nicht. Okay. Haben wir den Mund? Das macht den Gargoyle auch nicht schöner. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt hier. Ich bin noch nicht so weit, dass ich eine Komplettlösung brauche an dieser Stelle. Werte Damen und Herren. Aber ihr dürft gerne eure Vermutung äußern, wie wir an die... Ähm... An die... Uranstange von dem Gargoyle kommen. Ich weiß auch noch nicht so genau, wofür wir das Wachs brauchen werden. Bauen wir doch erstmal die fehlenden Teile. Können die fehlenden Teile ja zumindest schon mal anbauen. Das hat mir gerade nebenbei mega gut gefallen. Ich weiß, dass das eigentlich ein unwichtiges Detail ist. Aber wenn hier Stone durchgeht, schiebt er erstmal diesen Vorhang zur Seite. Ich finde sowas immer total klasse, wenn man halt eben solche detailverliebten Sachen mit einbringt. Das hat gleich nochmal einen anderen Charakter. Ey, Moment. Den Apfel vielleicht mit dem rostigen Nagel? Jetzt hat die Wachsbirne ein Loch. Okay. Nebenbei war einfach mal so ausprobiert, weil ich dachte, vielleicht bringt das was. Vielleicht bringt das noch was. Ich weiß nämlich nicht, was ich damit soll. Aber gut. So, Lampenfassung ist drin. Und Kerze. Eingebaut. Reicht aber noch nicht. Es fehlt uns jetzt noch die Öffnung und der Uranstab, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir nochmal. Genau, das sind die beiden Dinge, die uns noch fehlen. Was kann ich jetzt mit dem... Moment, kann ich jetzt den... Das ist sicher nicht sinnvoll. Okay. Okay. Können wir aus dem Fenster gucken? Nichts ausgefallen ist. Sind diese Fußabdrücke. Hier sind leere Flaschen. Wir haben... Ah, Moment. Wir haben hier noch die Schalinen. Mit Wachskratzer beheben. Ähm... Die Kratzer haben wir ja schon behoben. Wir haben was drüber gemalt. Reden wir mal mit... Stimmt, wir können ja mit ihr nochmal wegen dem Geist reden. Ja? Nun, ich... Ähm... Ähm... Ah, sie... Nee. Ich lasse sie besser weiter in Ruhe arbeiten. Nichts Interessante. Entschuldigen Sie die Störung. Nein, nein, sie brauchen sich bei mir nicht zu entschuldigen. Es hat mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Hier ist es hell genug. Kann ich... Es macht so keinen Sinn, das Wachs zu schmelzen. Das muss nicht abgetrocknet werden. Okay. Nein, sie hat gerade genug andere Sorgen. Äh, Moment. Kann ich die Schüssel nicht mitnehmen? Ich brauche keine Suppenschüssel. Okay, die bringt auch nichts. Das wird so nichts. Ich habe auch noch keine, ähm... Kannst du das Bild piekst? Das Bild mit den... Ja, das ist eigentlich voll die gute Idee. Einfach mal das Bild pieken. Ah, die Monika Lina. Ihre Augen und ihr Lächeln sind einfach bezaubernd. Ich könnte sie mir stundenlang anschauen. Apropos Bild pieksen. Ja, wir haben den Butler schon länger nicht mehr gesehen, ne? Wo ist denn der? Das bringt hier nichts. Ne, das geht nicht. Das unüberlegte Anzünden meiner mühsam ersammelten Utensilien bringt mich nicht weiter. Hade. Es passiert nichts, wenn ich da drauf drücke. Okay, es passiert nichts, wenn man drauf drückt. Es passiert nichts, wenn ich da drauf drücke. Damit passiert auch nichts. Aber, Moment, wir wissen ja... Monika Lina. Shadow ist vollends begeistert. So, ich bringe, glaube ich, noch kurz meine Petersilie unter die Erde. Viel Erfolg. So, wir haben hier ja... ein Ziffernblatt drauf. Frage ist, was uns das bringt. Wir haben ja noch keine Hinweise dazu gefunden. Wieder nichts. Es muss ja irgendjemanden geben, der den Plan dazu hat. Für eintreten. Das wäre immer die richtige... Das ist die einfachste Variante. Ich finde dieses Licht, ne? Ist auch so herrlich. Äh... Ach ja. Wir sollen den Dreck sauber machen. Das muss nicht abgetrocknet werden. Ich will es nicht abtrocknen. Ich will es eigentlich nass machen. So wird das nichts. Hm. Können wir der Pflanze den Wachs... Oh nein. Die hätte mir fast den Arm abgeknabbert. Da halte ich ab sofort lieber Abstand. Dieses Geräusch. So gut. Klack, 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 klack. Oh nein. Geil. Äh, okay. Das bringt nichts. Können wir die Tür öffnen? Wo soll ich sie hinstecken? Können wir das Ding auch nicht öffnen? In die Küche kommen wir auch nicht rein. Wir haben in der Küche nichts zu suchen. Weil sie nämlich was dagegen hat. So Musik spielen können wir gerade scheinbar auch nicht. Ist das ein Schabe auf dem Tisch? Ja, es ist ein Schabe auf dem Tisch. Es fehlt nur noch das Pferd auf dem Flur. Dann wäre alles perfekt. Okay, ähm... Fangen wir mal mit G an. Herr Stone, ich möchte hier in Ruhe lesen. Sie möchten wirklich nicht, dass ich Ihnen alle mal um Himmels bin? Nein, okay. Na gut. Dafür ist er definitiv... Da müssen wir noch abwarten. Wir können... Nein, das brauche ich wahrscheinlich noch. Genau, das wird auch nicht... Guck mal. Lustiger Elefant mit furchtanklösen scharfen... Dingsbumsis. Können wir den mitnehmen? Das bringt hier nichts. Aber wir können es uns angucken. Das ist ein hölzerner Elefant. Aus Blech. Ein hölzerner Elefant aus Blech. Erinnert mich so ein bisschen an die Warhammer-Figuren von damals. Irgendwie Steinpriester mit stehlernem Stern aus Plastik. So, wo... Was haben wir noch nicht? Es muss ja irgendwo was geben, was wir uns noch nicht angeguckt haben. Das Olivenöl. Können wir nicht mitnehmen. Wir könnten die Pflanze wässern. Das muss nicht nass gemacht werden. Na gut. Okay. Können wir noch mit ihr reden? Hallo, Frau Blachbech. Guten Abend, Herr Stone. Wir wissen nicht zufällig, wer vorher in dem Haus gewohnt hat. Hatten wir schon. Wissen Sie, ob es irgendwas Besonderes... Das Auslöser hatten wir schon. Sind die Geräusche vom Umfang her seitdem immer gleichgegeben? Hatten wir... Haben Sie den Geist schon mal gesehen oder gehört? Ich muss zurück zur Arbeit. Ich muss zurück an die Arbeit gehen. Viel Erfolg. Computer sagt leider nein. Nein. Hier oben ist eine Lampe kaputt. Hilft uns aber auch nicht mehr. Es ist nicht meine Aufgabe, die Zimmerpflanzen zu gießen. Wäre aber sicherlich... ...was Schönes gewesen. Nein, sie hat gerade genug andere Sorgen. Nein, sie hat gerade genug andere Sorgen. Tama, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich lasse besser die Finger davon, solange Charlene hier im Raum ist. Endlich ausgeschlafen. Der Tama hatte einen 24-Stunden-Stream gemacht. Und da muss man natürlich nachfragen. Klar, vier Stunden. Bin fit. Sehr schön. Ja, willkommen zu Geistfrei GmbH. Was sind die Suppenschale? Ja, ey, das ist eine gute Idee. Ich möchte jetzt keine Suppe kochen. Also nein. Schade. Das ist 15. Geistfrei GmbH. Kleines Indie-Point-and-Click-Adventure. Wo mir die beiden Entwickler so freundlich waren, die Erlaubnis zu... Nein, die beiden Entwickler haben mir die Erlaubnis gegeben, dieses Spiel vor dem offiziellen Release zu streamen. Ähm, das kommt am 5.5. bei Steam raus. Und ich habe eine kleine Vorab-Version mit Day-One-Patch und so weiter bekommen. So. In die Schale das kleine Geschäft machen. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Aber nein. Kein Türknauf. Kein Türknauf. Damit kriegen wir wahrscheinlich die Tür offen, indem wir hier... Ähm... Das richtige Passwort eingeben. Die Tür... Abgeschlossen. Abgeschlossen. Wir haben eine Sache haben wir noch nicht gemacht oder probiert. Hab die vermisst, durft die... Was? Ja, ähm... Du, sorry. Äh... Gestern wäre einfach überhaupt nicht gegangen, weil ich nämlich ein bisschen... Ähm... Magenprobleme hatte. Oh, kleinen Moment. Guck mal. Das Vogelhäuschen. Wait. Er sagte doch, dass er... Mehr so der Typ Zwille war, ne? Vielleicht können wir... Den Kescher auch als Zwille benutzen. Das bringt nichts, wenn ich das da reinlege. Deswegen. Ich habe gesehen, dass hier ein paar... Ähm... Ein paar lustige Spiele zusammengespielt haben. Quake war das zum Beispiel, ne? Also ich habe noch... Ich bin gespannt, ob ich nichts aus meiner Kindheit verlernt habe. Yes. Getroffen habe ich. Ich glaube aber, das war nicht stark genug, um das Ding von da oben runterzuholen. Schade. Ja, wir haben eine Trinkpause. Warte, schade. Also ich habe bei dir noch reingelurkt, ne ganze Zeit. Ähm... Hatte aber... Wollte mich aber auch nicht so aktiv zeigen. Für den Fall, dass... Ähm... Dass ich dann doch während unserer Gespräche auf einmal loslaufen muss. Also... Tschüsschen. Tschüsschen. Serious Sam war's. Stimmt. Ich habe mich schon gewundert, warum... Ähm... Warum... Quake 3 auf einmal so gut aussah. Eine Zwille vielleicht. Für den Stein. Genau, eine Zwille wäre natürlich so ein... Wäre nochmal so ein Ding. Aber das hat irgendwie... Ey, Moment. Man könnte... Kleiner Stein. Das war ein kleiner Stein. Vielleicht ist hier noch... Haben wir bereits ein. Ich sollte mir... Vielleicht kann ich mir nochmal einen großen Stein holen. So, ich kann den ja einfach in den Brunnen fallen lassen. Klopp. Unreal ging nicht. Das ist blöd. Ist wirklich schade. Muss es ein Stein sein? Ja, stimmt. Ist auch nur ein kleiner Stein. Sind das verschiedene Bilder für die Steine gewesen? Ich glaube schon, ne? Den Totenkopf dafür benutzen. Äh, Totenkopf ist aber eigentlich ein Flaschenöffner. Ich glaube nicht, dass der dafür gedacht ist. Das wird mich nicht weiterbringen. Genau. Ist nämlich ein Quarkenzieher. Ich bin gespannt, ob ich nichts... Getroffen habe ich. Ich glaube aber, das war nicht stark genug, um das Ding von da oben runterzuholen. Genau. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Epic Games hat diesen Januar so gut wie alle Unreal Tournament Online Services eingestellt. Nur noch über LAN oder... Die Schubkarre hatten wir noch nicht angeguckt. Also hatten wir schon... Eine Schubkarre der Red Herring Company. Eine solide Schubkarre. Die brauche ich im Moment nicht. Okay. Können wir uns hier was von den Tomaten nehmen? Ja, ausgezeichnet. Ja, noch ausgezeichneter. Aber bringt mir das jetzt irgendwas? Herr Kostlauski... Weiß ich nicht. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nebenbei finde ich das interessant, dass ihr nochmal in die Dialogbox geändert habt. Also ich kenne es nämlich noch so, wenn man mit den Leuten geredet hat... Herr Kostowski? Ja. Dann hat man die Auswahlmöglichkeiten unten eingeblendet bekommen. Und nicht in dieser Gedankenblase. Aber ich finde das so eigentlich auch ganz cool gemacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Weil ich meine, in dem Moment passiert hier ja oben auch nicht so viel. Dann braucht man nicht die ganze Zeit das Vollbild haben. So, wir haben jetzt Tomaten. Angemalte Tomaten. Lieber nicht. Sonst mache ich es noch kaputt. Wofür ich die brauche... Ist aber noch ein bisschen schwierig. Oh, Tomaten färben. Es ist der Klassiker. Also, dass man die Tomaten färben muss. Das war mir von vornherein klar. Weil es so ein wirklicher Klassik ist. Hat der Ersteller des Games Amazon Prime. Da ist noch Twitch mit drin, oder? Ja, möglich. Weiß ich nicht. Ich melde mich nicht über Amazon an. Sondern über meinen normalen Twitch-Account hier die Katzenfote. Hier noch so rausguckt. Was kann ich jetzt... ... mit dem Tomaten machen? Also, wegen dem Schreiben. Ja, siehst du... Die wollen alle, dass ihr mitschreibt. Dass ihr so ein bisschen... Interaction liefert. Oh, nein. Okay. Ey, wait a moment. Kann ihr doch... Das ist doch die Köchin. Ich kann ihr doch das Ding geben. Leider auch nicht. Ich hab's mir auf jeden Fall auf die Liste gepackt. Sehr geil. Das freut mich. Deswegen, ich freu mich ja auch schon mega... ... den ganzen Tag über, dass ich euch dieses Spiel präsentieren darf. So, Bücher über Verschwörungstheorien. Vielleicht soll ich mir die auch erst einmal angucken. ... reif aussehende Tomaten. Okay. Nein, sie hat gerade genug andere Sorgen. Kann auch wirklich... Ne, wenn ich das versuche, dann sagt er... ... nur erst, wenn Charlene draußen ist. Stimmt, ich hab auch noch mein Telefon. Ich habe echt die Ingame-Hilfe vergessen. Ne, ich hab ja auch noch nicht alle Möglichkeiten... Also, gut. Hätte ich alle Möglichkeiten... ... ähm... ... schon probiert, dann... ... würde ich wahrscheinlich nicht in der Sackgasse stecken. Aber es ist vielleicht gar nicht verkehrt... ... ihm mal diese Tomaten zu... Herr Rosinowski? Ja? Möchten Sie ein paar Tomaten? Sie bieten mir jetzt nicht wirklich angemalte Tomaten an, oder? Angemalt? Aber die sind doch reif. Herr Stone, hören Sie auf, mich zu veräppeln. Das sieht ein Blinder, dass die Tomaten angemalt sind. Na, wenn Sie sie nicht wollen. Okay. Ähm... Der Spiel hat auf jeden Fall spaßigen Humor... ... und ein bisschen Rätseln macht immer Spaß. Ja. Genau das denke ich mir auch. Aber... ... ich glaube, ich werde jetzt wirklich mal den Telefon-Joker einsetzen. Zum zweiten Mal bisher... Du hängst? Ruf Hank an. Ja. Reichsfrei, GmbH? Wie befreien Sie von Ihrem Geist? Hank am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Hank, ich bin's. Ich bräuchte mal kurz deine Hilfe. Erzähl. So. Ich habe eine wichtige Frage zu den benötigten Ersatzteilen. Nein. Ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt. Hast du einen Tipp, wie ich ein Date mit ihr bekommen könnte? Ja. Aber die Synchro ist B-Movie-Style. Ja. Das waren alles Freunde der Entwickler. Und die Entwickler selber, die hier eingesprochen haben. Deine Stimme beispielsweise ist einer der beiden Entwickler. Ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt. Hast du einen Tipp, wie ich ein Date mit ihr bekommen könnte? Ja. Ich glaube, ich binne. Während der Arbeitszeit wird nicht geflirtet. Wann soll ich dir deinen Mutterslohn noch weiter kürzen? Aber Hank, mehr Kürzungen kannst du doch gar nicht mehr machen. Oh doch. Ich kann. Ich kann. Gut. Dann hast du keinen Tipp, wie ich ein Date bekommen könnte? Doch. Hilf ihr im Haushalt. Du sie hast zumindest immer gestört, dass ich das nicht gemacht habe. Okay, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Aber Stone, doch nicht während der Arbeitszeit. Na gut. Geht klar, Boss. Ähm. Beim Haushalt helfen. Ach, schon gut. Hat sich erledigt. Wie könnte ich ihr jetzt beim Haushalt helfen? Ist die Frage. Ah, cool. Man kann auch mit Doppelklick den Szenenwechsel provozieren. Schepper. Ist tatsächlich auch eine wichtige Angelegenheit. Finde ich bei Point-and-Click-Adventure manchmal ein bisschen nervig, wenn man das nicht kann. Vor allem, wenn man viele Wanderwege hat. So, ähm. Ich versuche mal mit ihr zu reden und zu fragen, ob sie da irgendwo Hilfe braucht. Charlene? Ja? Nun. So, sind sie Dr. Batchelorsfrau? Sind sie Dr. Batchelorsfrau? Oh nein. Ich erledige hier den Haushalt. Sie wissen schon. Einkaufen, Wäsche waschen, Staub wischen, Betten beziehen. Also all das, was Wilbo machen müsste. Ähm. Aber Sie sind doch die Haushälterin. Aber Sie sind doch die Haushälterin. Nun ja, Dr. Batchelor hat Wilbo als Butler eingestellt, damit er für ihn den Haushalt führt. Und Wilbo hat mich eingestellt, damit ich für ihn die Aufgaben erledige, die er nicht erledigen will. Ich arbeite also nur indirekt für Dr. Batchelor. Aber wissen Sie, was merkwürdig ist? Nein. Wilbo kriegt irgendwie alles mit, ist aber nur selten zu sehen. Ganz merkwürdig. So, als ob er sich in den Wänden dieses Hauses versteckt und von dort aus alles beobachtet. Wow. Monstermäßig mysteriös. Aber wer weiß. Vielleicht ist es ja sein Hobby. Okay, den Dialog hatten wir schon. Ja, total. Ähm. Ist das hier der... Nein. Ich dachte nur, weil... Oh, danke. Okay, das ist... Ich lasse Sie bitte. Entschuldigen Sie die... Nein, nein, Sie brauchen sich bei mir nichts... So, Bett machen. Achso, ja klar. Wir könnten ja auch einfach mal das Bett machen. Charlene würde doch von mir ein völlig falsches Bild haben, wenn ich mich vorher einfach so ins Bett legen würde. Macht ja nichts. Kann man ja trotzdem mal tun. Hm, sieht gemütlich aus. Sieht gemütlich aus. Viele Handtücher. Das muss nicht abgetrocknet werden. Wieso ein falsches Bild? Als hätte sie überhaupt ein Bild, ne? Okay. Das muss nicht abgetrocknet werden. Kann man es auch nicht wieder zurück in den Schrank packen? Das muss nicht abgetrocknet werden. Warte mal, die könnten aber abgetrocknet werden. Das muss nicht abgetrocknet werden. Auch nicht. Mode hat man noch nicht. Ich lasse besser die Finger davon, solange Charlene hier im Raum ist. Okay, das bringt auch nichts weiter. Das muss nicht abgetrocknet werden. Nee, irgendwie nicht so. Das muss nicht nass gemacht werden. Ja, aber da sind auf jeden Fall diese Flecken drauf. Das sieht man ja. Nein, sie hat gerade genug andere Sorgen. Sie sieht einfach zauberhaft aus. Wie kriegen wir diese Flecken da vielleicht weg? Der ist ja funny. Den siehst du jetzt erst, Shadow? Ich habe den einfach reingeworfen. Ich wusste nicht, was ich für animierte Emotes aufstellen kann. Da habe ich mir einfach so einen gemacht. Sie sehen zwar reif aus, sind sie aber nicht. Deshalb möchte ich sie nicht essen. Also, ich habe hier immer noch das Wachs mit dem Loch. Ich rufe nochmal Henk an. Henk, ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Wo denn diesmal? Okay, ich habe eine wichtige Frage zu den benötigten Ersatzteilen. Henk, ich habe eine wichtige Frage zu den benötigten Ersatzteilen für die Geisterfalle. Schieß los. So, ich habe kein Ersatzteil für das Sichtfenster. Eine gute Idee, woher ich eine Energiequelle bekomme. Die Energiequelle. Fangen wir erstmal damit an. Eine Idee, woher ich eine neue Energiequelle bekomme? Vielleicht gibt es im Garten irgendwelche Geräte mit einer autonomen Energieversorgung. Gute Idee. Hast du mal ein Beispiel für so ein Gerät? Na, gibt es da vielleicht ein Roboterrasenmäher? Oder ein Gartenteich mit Springbrunnen? In der Pumpe könnte nämlich eine Energiequelle stecken. Ja, das ist richtig. Aber wie kommen wir an die Pumpe ran? Der Brunnen ist doch voller Wasser. Der Brunnen ist doch... Guter Einfall, Henk. Danke. Das reicht mir schon an Hilfe. Wir bleiben fair. Das reicht mir schon als Info. Wir machen das jetzt total bescheuert. Mal gucken, ob das auch wirklich der Weg ist. Ich brauche gerade keine... Nein! Dammit. Die Wandfarbe muss nicht verdünnt. Ich dachte, dass ich die... Achso, also das Game scheint echt gut zu sein. Aber die Synchron macht mich verrückt. Geht das in Englisch später? Ähm... Ich weiß es nicht, ob es das nochmal auf Englisch geben wird. Also es ist aktuell... Hat es einen deutschen Ton? Nur einen deutschen Ton? Warte mal. Ha, ha, ha. Sehr geil. Ja, danke dir. Lasche auskippen. Können die vielleicht auch trinken? Ich kann die trinken. Aber das bringt doch nichts, wenn ich damit jetzt den Brunnen ausschöpfe, oder? Nun ist sie voller Wasser. Ah, erfrischend. Moment! Nun ist sie voller Wasser. Wie oft können wir uns das noch anhören? Ah, erfrischend. Nun ist sie voller Wasser. Okay, das wird nichts. Aber ich kann vielleicht die Pflanze damit gießen. Das hat funktioniert. Ah, und... Äh? Wow, die sind ja schnell gewachsen. Das war auch mein Gedanke. Wow, das klingt flott. Ich habe schon ein paar Gründe. Okay, die Tomaten brauchen wir also erstmal nicht mehr. Bis er tot ist. Okay, das wird wohl nicht sein. Also, Moment. Das ist ein aus Stein gemauerter Brunnen mit einem hässlichen Gargoyle als Wasserspeier. Ein geisthaftes Glühen ist im Wasser zu sehen. Scheint wohl einer von diesen Effektbrunnen zu sein. Das Glühen ist der Uranstab, den wir brauchen. Da hätte ich vielleicht auch drauf kommen können. Aber ja klar, wo soll eine Pumpe sein? Vielleicht weiter gießen, bis sie rot sind? Und... Ey, wait. Du hast recht. Shadow, gute Idee. Probieren wir es doch mal. Nun ist sie voller Wasser. Und einmal gießen. Die grün werden leist. Nun sind die Tomaten reif. Ich möchte nicht wissen, womit Koslowski das Grünzeug hier gedüngt hat. Shadow, du! Ich lasse die anderen unreifen Tomaten einfach hier liegen. Shadow, du! Richtig gut! Geil! Herr Koslowski? Ja, was möchten Sie? Möchten Sie ein paar Tomaten? Das sind aber nicht Tomaten aus diesem Garten, oder? Nein, nein. Dann bin ich beruhigt. Ich möchte aber trotzdem keine. Okay, was ist denn mit den Tomaten aus diesem Garten? Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ähm, gucken wir uns mal an. Reife rote Tomaten. Reife rote Tomaten. Das ist ja interessant. Genau, das finde ich auch sehr interessant. Ah. Hm. Ja, hm. Ding Dong Longedong. Wie der gute Tom Bombardier sagen würde. So, Sie haben reife Tomaten. Reife Tomaten. Können wir das der Köchin geben? Können wir sie, äh, können wir die durch das Sieb in die Flasche streichen? Dann hätten wir Ketchup. Na, da gehört auch ein bisschen mehr dazu, aber... Ich behalte das lieber. Ketchup. Äh, Zucker. Oh, nein. Okay, das will nicht. Nyang, 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 nyang. Moment. Wir brauchen das Öl, um früher oder später Tomaten-Mozzarella-Salat zu machen. So sieht's nämlich aus. Nein. Lass dich nicht öffnen. Ich hab's. Wir müssen gar nicht. Wir müssen das hier unten gar nicht, ähm, wegräumen. Denn die gemeingefährlichen Ameisen sind noch nicht drin. Wir müssen nämlich eigentlich diese Tür aufmachen, damit die Ameisen rein können. Ah, es sind hier Rätsel. Das ist ja geil. Leute, Leute, Leute. Du weißt aber schon, dass Kakerlaken keine Säugetiere sind. Die Köchin wird dir keine Milch für den Mozzarella geben können. Da gebe ich dir recht. Aber sie ist die Köchin. Sie kann den Salat zubereiten. Ah. Ein kleines Stückchen sind wir schon weiter. Ganz klein. Also geistig sind wir, also vom Kopf her sind wir auf jeden Fall schon... Damit krieg ich die Tür nicht auf. Ein ganzes Stück weitergekommen. Kleine Hake. Damit krieg ich die Tür nicht auf. Auch nicht. Der alte Dienstausweis als Türöffner... Damit krieg ich die Tür nicht auf. Auch nicht. Mann. Ich bin so... Ich will's jetzt gelöst bekommen. Der Liebsten, die Tomaten geben. Die begeht ja bekanntlich durch den Magen. Du siehst erst jetzt, dass sie auf dem Tisch steht. Sie macht auch nichts anderes aus, als dieses eine Glas zu polieren. Okay, ich gebe ihr mal die Tomaten. Nein, sie hat gerade genug andere Sorgen. Das passt also. Daraus wird nix. Ich möchte nochmal wiederholen. Wir haben schon länger den Butler nicht mehr gesehen. Der beste polierte Stil im ganzen Haus. That's what he said. Mag erdne Tomate. Dr. Batchelor, darf ich Ihnen eine Tomate anbieten? Danke, nein. Meine Köchin bereitet gerade mal mitternachtes Essen vor. Ne, sie ist gerade noch dabei rumzupolieren. Ich störe sie nur ungern, aber... Was lesen Sie denn da? Es ist eine geheimnisvolle Detektiv. Sie lebt das. Bitte entschuldigen. Ich sage Ihnen dann Bescheid. Ja, ich bin... Hatten wir schon... Moment. Ähm, ja. Könnten auch nicht die Tomate... Also wir können schon die Tomate in die Obstschale legen. Das ist sicher nicht sinnvoll. Aber das dachte ich mir nämlich auch. Wir könnten vielleicht... Keine gute Idee. Was ist denn mit dieser Tür? Ich erkenne da draußen kaum was. Es ist zu dunkel. Mir geht es ja auch gar nicht um das Draußen. Mir geht es mehr um das... Ich habe nichts zu sagen. Sie lässt sich nicht öffnen. Sie lässt sich nicht öffnen, weil wir... Nämlich das Olivenöl benötigen, um damit die Tür zu ölen. Was wollen Sie mit dem Öl? Weiß ich noch nicht. Aber es kann nicht schaden, wenn ich es mitnehme. Stellen Sie das wieder zurück. Sofort. Wenn Sie darauf bestehen... Kann ich das gegen Tomaten aufbauen? Nicht sinnvoll. Ah. Na, da kommt man mal ein kleines Stückchen weiter. Und dann ist man doch noch nicht weitergekommen. Hier ist ja auch so ein Elefant. Aber kann ich jetzt den Schrank eigentlich öffnen, oder was? Gehen Sie immer ungefragt an die Schränke anderer Leute? Nur, wenn ich darin etwas zu essen vermute. Da muss ich Sie enttäuschen. Im Schrank ist nur etwas Wein und Geschirr. Geschirr aus Schokolade? Nein. Gehen Sie immer ungefragt. Okay. Da muss ich Sie enttäuschen. Geschirr aus Schokolade? Nein. Damit kommen wir auch nicht. Also solange die hier am Rumwerkeln ist, wird da auch nichts passieren. Hallo, Frau Plackbech. Guten Abend, Herr Stone. So. Ich muss zurück an die Arbeit gehen. Viel Erfolg. Kannst du die Zeit vordrehen? Halte Standuhr. Ich benutze die mal. Und wo soll ich sie hinstecken? Etwa in meine Tasche? Ne. Damit kann ich auch nichts machen. Aber das wäre auch witzig gewesen, wenn man die einfach vordrehen könnte. Sie haben in der Küche nichts zu suchen. Ich gebe ihr einfach mal die reifen Tomaten. Ich behalte das lieber. Okay, das bringt nichts. Schwierig. So, machen wir mal kurz einen kleinen Cut. Irgendwas wollte ich in dem Cut machen. Ich habe es wieder vergessen. Ah, ich wollte mir einen Kaffee holen. Das war's. Bis gleich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020